Ey, ey, komm nicht nach Deutschland, ich sag's euch. Es gibt nicht deine Mutter hier. Haruna Mama, ja, Mutu, aber hier ist keine deine Mutter. Hier, es gibt nichts deine Mutter. Deine Mutter nix hier geben. Hier nur Probleme. Arbeiten, 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 acht Stunden arbeiten, 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 acht Stunden arbeiten. Hier ist nix deine Mutter. Hier, diese ist Deutschland, diese arbeiten mit Kollegen, jeden Tag, acht Stunden. 300 Tage im Jahr. Hier ist nix deine Mutter. Hier ist nur Miete und Rechnung. Und schwierige Sprache. Nix deine Mutter hier. Was denken du? Was denken du? Was wollen wir? Diese Kollegen nix verstehen. Nur Witz. Blablabla. Schhosn.